Sie trägt den Irrtum, der zu einem Schmerz geworden ist, mit sich herum und wälzt ihn auf den Hügel ihrer Jahre. Und aus dem Hügel wird ein Berg. Und jedes Mal, wenn sie sich auf dem Gipfel angekommen glaubt, versteckt sich dahinter ein neuer Grat, den sie mit ihrer Last erklimmen muss. Destination de revidiale, temps d'attendue, du langersehender Traum, Terrarie du futur, existez-vous encore? Du unbestelltes Land, gibt's dich noch? Et vous toujours là? Bist du noch da? Me voici voilà! Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, Paris! Untertitelung des ZDF für funk, 2017